gefehlt haben richtig und sie fragt mich warum ich die ganze dritte und jetzt meine drinnen und hätte ich ich gebe mir einen herrn irgendwie kommt mir so komisch oder so kleine alles nein es ist nur so stellkunden oder so steht dann noch nicht da bitte keine Riesenpilz benutzen nein 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 es bringt ja gar nicht die roten müssen sollen weil das nicht nutzen doch da war ein stück was hast du dann mit leeren münze nicht nein da schaust du das nein doch schaust du eigentlich habe dann welche feuerung sind das war echt knapp das weißt du ach ja leute es gab ein paar wo wir alle trotzdem nur gefehlt haben aber den habe ich gelöscht weil unnötig so was sie ganze zu beobachten euch ja alles vergessen also was jetzt kommen noch danach und was ich gleich habe ich eins ich sage es noch gerade ich habe es geschafft endlich naja ich verarschen soll ein kleines stückchen hatte ich wusste es ist guck siehst du schon wieder wie das geht jetzt kannst du machen mit uns bitte nicht die gleiche weg mit dir wer ist dann schon wer ist dann schon bitte die siehst du schon alles geht schnell ich bin heute so ein fahrer ich wusste es ich wusste einfach egal dass er ohne riesenpilz das macht dann das macht er keine laune das sind alle so einfach speichern ja wir müssen dann auch alle mützen sammeln sollen wir alle mützen ich weiß es ist irgendwie gar nichts mieses wie man wir anderen so sagen glatt was dauert dann viel länger das display warte dann habe ich das letzte 19 forts fertig dann wäre das wohl ist du musst doch überlaufen ich weiß nein ich könnte nicht mehr anhalten genau könnte ich aber wollte ich also wo bist du jetzt nein du kommst irgendwie nicht weiter das sollten wir schon gesehen wir sollten mal beobachten du bist kein stück weiter gekommen das machen die extra durch den ist das sind seine karten sagen wurden ich glaube jetzt war die münze so der tier das war aufhören zu brennen ist ja so ein schalter kann auch sein ich glaube eher nicht musst du irgendwas riskieren nein nein ich glaube das dreht sich damit guck ich kann da nicht nachher stimmst stimmst sehr logisch sehr wie zentral ich heute ich kann uns meinen freien ich weiß nicht zu wertvoll durch da würde runter kommen ob ich eben noch mehr kommt sowieso nicht runter das hätte ich dir auch sagen können da ist irgendwas oder weiß nicht du musst auf die vorteil muss auf das feuer den zu und danach ich würde nicht ganz herum schaffen klappt nicht okay dann gerne weiter auch wenn das nicht klappt nein das war verdammt knapp noch mal ich habe mir sagen ich habe so ein bisschen vielleicht ich habe es nicht in münster brauchst du nicht ok immer wieder links ich glaube jetzt weiß ich es bringt immer noch so du kannst darauf springen kannst nicht auf diesen absprung gesprungen muss die blöcke hier dafür zerstören weil das dagegen würde das kann aber ich kann da eh nicht rein k lang ja ich habe mir also so knapp sie kommen nicht weiter verdammte schutzelte haben die exe gemacht das hat mit der zeichnis nicht der epische musik mütze zu holen ist sie sie ja du musst rüber ich bin nicht aber warte oder geht es einfach so okay es war nicht so leicht ich finde es läuft ja aber ich hätte vielleicht was verloren was hast du verloren ja meine blume ich glaube ich auch jetzt gleich gefunden muss ein bisschen weiter nach vorne weiter noch weiter ich muss auf den anderen stein block da so klar da sollten gleich deswegen die blumen oder so hoffe ich mache ich okay was war das was denn was warte gehen wir als ganz nach unten nicht hier schalte jetzt schon drücken das war alles ausprobieren darum die doch wenig ich muss das glaube ich machen da war und da ist irgendwas da ist nichts und links kommst du rüber siehst du okay aber ein bisschen zeigen muss ja also jetzt muss jeder klar im kopf werden okay er muss oh nein falsche richtung ich kann das kopfüber ist auch noch ein bisschen gegangen ja das war diese bums sind da was so du musst nein links war das ich habe ich an das ding nein nein da war nichts das ist nichts da sie kommen wir nicht vorbei man ich weiß wie wir an die minze konnte weiß aber wo war da irgendwie anstelle wo man irgendwie richtig hoch springen musste da muss man mit klein mit micro durch und nein aber wir haben auch wieder zu fahren ja jetzt geht es darum das richtig zu hören was hier ja du kannst du von alten machen spielen oder nicht kommen wir mal hatte ich hätte ich das überraschen falscher weg jetzt wird es noch mal von vorne doch ganz oben war das da ist ja ich jetzt nur raten ich weiß okay dann muss der ganz untere der untere war ist am schlimmsten ist okay jetzt der ok ok wieder glück gehabt verdammt verdammt das war verdammt noch mal knapp muss und wieder laufen wobei ich gerade vorhin bis unten durchgelaufen oben mal dann den mittlerer weg mit lehrer durchlaufen mittlere ok der zu den zu bekommen war jetzt nicht so schwer wir haben die zeichen leider jetzt ist ein bisschen wundern wenn wir den die alle müssten hätten papa kommt zurück okay ist der kleine tod oder so langsam seine feuerbälle ich habe eine idee die muss man sowieso den knopf drücken oder nicht ja weil ich habe ein besiegelnd an die stelle das ist mal wenn das wieder hoch springen durchschlaufen gleich 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 er hast du aus raste aus aber ist noch nie vorbei wie bestimmt denkst du wirklich ist schon vorbei also ich habe ich mir auch irgendwie vorstellen dass das so wie bei einem Musikabbruch das ist schon mal groß wie er hat ja so doll unter die jungen unter den rock gekocht und jetzt und man doch nicht auch dort kommt er aber warum nicht jetzt ok das macht wie einfach lasst es einfach ich werde sowieso auch schneiden die stimmen das sind zumal im jahren eben und meint mann das normal sein muss ich sagen sie haben ich schon ein Gewinner zu sein mann sowieso nicht gesagt das ist nur wenn ich das gemacht wie es müssen wir gemacht haben durch den Fall ist er bei Schloss gewesen nein das ist davor noch mal das so das war ein stumpf oder der boss das ist immer irgendwie am leichtesten welche weil ich auch freu du kannst dich einmal wenn du größer sofort in so gesagt rhein wieder du kommst dich dadurch stammfahrtöcke nein ja es geht auch natürlich aber schon etwas langweilig lab was du daheim also ist alles hier auf der füge gesetzte ich mache das ist immer jetzt schon dran gewöhnt wir werden sowieso das weiter machen weil wir jetzt minzen sammeln ja ich weiß gar nicht ich dachte wie ich es geschafft habe meine stimme da hoch zu bekommen selbst egal wie oft ist es mir anguckt immer lacht flash und die box gibt es mir kein die bus stimmt kommt jetzt nichts mehr ich hoffe dass irgendwas noch kommen zwei Stumpf, oder? Deswegen. Wir können auch mit Super Mario 64 anfangen. Ich hab das schon beraten. Wir könnten das auch machen, aber wir müssen schnell alle Münzen sammeln. Wie viele Minuten haben wir das jetzt gerade geschafft? Nicht lange. Kurz. Jetzt auf einmal, wenn Alex nicht da ist. Ja, ihr kriegt das schnell. Wir. Wir müssen alle Münzen sammeln. Wieder beim Schloss. Oh, so kein Bock. Ja, ist gleich fertig. Ah, das da. Das ist ein Schmennphobie. Das ist eine Schmennphobie. Oh, das ist weg. Oh, ich bin ein Schmennphobie. so seien genau abgelaufen wir haben wir haben die untere mütze bekommen bitte wird groß bitte wird ganz gut wie wie beim newsman brust was ich nicht denke kommt fragezicht speichern ja oh man es war so langweilig weiter einstieg warum was heißt das jetzt da oben das ist der lila der pilz da oben was soll ich glaube das ist einfach das sind diese freischalten von sachen halt dafür brauchen wir uns in solch mal auf ein altes denken ja ja warum nicht macht das dann wir haben sowieso geliehen ja viel besser speichern ja und los geht's leute jetzt sagen wir mal alle münzen jetzt werden ja eigentlich mal ich hätte mal zwölf ziemlich jetzt wird jetzt kommt die aufgabe ja alle münzen zu sammeln das passiert wenn man alle münzen sammeln ich habe ja nicht kanonen geholt jetzt also kanonen gemacht dann sind glaube ich um die welt zu überspringen stimme stimme ja die sind ja da um andere wetten zu springen ich glaube die kanonen mache ich jetzt nicht ein bock schon mal wenigstens alle münzen weil ich diesmal gleich das alles durch helft die ist so geht es hier schnell also zwar hast du zu machen ich bin zu gehen weiter also eine amerikaner gelassen das war die erste dritten müssten ja das zweite kann ich ganz gut ok außerdem gerade dass er mit einschnitt er ist wieder aufgestattet man hört es dünnerfleisch hat zu hause kammer von fitness warte mal warte zurück ich verstehe jetzt nicht die logik wenn da die zeit in warte mal flächig ich weiß dass wir mal da reingehen wo er ist dann wo bei dem boss sind weiß nicht das kann nicht sein dass man post ist wenn ich ganz oben also ich ja ich habe doch gesagt wir sollen ja wo vielleicht habe ich vielleicht auch immer so jetzt kann ich jetzt sage ich das nicht mehr so schwer aber da habe sie sterben mal sehen mal sehen war das bau sein glaub schon ja machen wir mal so das ist in der ersten weltgeschichte und letzten weltkammer wieder mach einfach stell den knopf wir haben die zeit ja brennen was passiert jetzt wird seine minzen haben und sein wird was die kanone doch da auch da vom schloss her kann man eine machen ich weiß nicht ich habe doch gehört dass es nicht immer hier irgendwo in der nähe sein muss muss nicht ja okay scheiß auf die kann und wir wollen jetzt alle münzen einfach wir haben alle ich will nur sagen können dass alle münzen gemacht haben kann ohne mir scheiß egal das ist sowieso teleportation zu anderen welten es bringt keinen was wenn jeder eine ist dann ergibt sie mir keinen sinn ich weiß ja nicht die erste weit haben wir geschafft das ist ja gut kommt jetzt bau so kommt heute ist nicht dein glöckchen und dein tag ja aber ich habe heute gut verspielt das ist das ist so ja siehst du wozu bräuchte bräuchte leben wenn ich gut schick hat im moment natürlich warte ich mache auf welt 2 ok jetzt ganz losgehen 3 3 3 und 2 die dritte jetzt die dritte mütze fehlt ich weiß ich fand ich kann mit der anderen sogar hatte ich bin wo wir da rein müssen und wo wir nicht ganz wir konnten mit dem propeller doch also wir kommen jetzt also kann es jetzt durchrasen weil hier gibt es ja keine münzen erste ach ja war es nicht das ach ja das was so jetzt hätte ich mich wieder jetzt kommt es noch mal jetzt weiß ich wieder haben wir unsere beiden methoden gezeigt ja weißt du noch ja klar er hat alles berechnet immer bei mir war das ja jetzt schlau war es nicht der fehler weil wir müssen ja wir mal so